Also noch einmal ran an den Computer. Ein bisschen Fingerbewegung für mehr Bewegung. Aber es lohnt sich und es ist ganz einfach. Unter servustv.com slash bewegdich findet ihr das Anmeldeformular. Ein paar Pflichtfelder müssen ausgefüllt werden und mehr nicht. Je weniger Bürokratie, umso besser. Wichtig, ihr müsst ein offizieller Sportverein sein, der aktiv im Kinder- und Jugendbereich tätig ist und bei dem die Bewegung im Mittelpunkt steht. Sorry lieber Dartclub, liebe Kegelcracks, auch keine Chance für Schach. Für alle anderen gilt, bewegt euch weiter. Teilt uns im ersten Feld mit, mit welcher Aktion oder Idee ihr Kinder und Jugendliche für Sport und Bewegung begeistern wollt bzw. was euch fehlt. Das Geld für eine Waschmaschine, um dreckige Trikots zu reinigen. Oder Gratis-Mitgliedschaften für bedürftige Kinder. Oder das Tornetz muss erneuert werden. Ihr habt eine Mission und wir die Mittel, die euch hoffentlich helfen können. Dafür brauchen wir die Sportart, den vollständigen Namen eures Vereins, die Anzahl der Mitglieder, die Vereinsnummer und natürlich die Adresse. Auch wichtig, einen Ansprechpartner für die Anmeldung bei BEWEGDICH und natürlich die IBAN des Vereinskontos. Prüft eure Daten am Ende und dann einfach absenden. Was ihr dann bekommt? Zuerst einmal eine BEWEGDICH-ID, mit der ihr euch jederzeit bei uns melden könnt, falls Fragen offen bleiben sollten. Und dann, habt etwas Geduld, fließen so schnell wie möglich die Mittel, die ihr braucht, um Kinder und Jugendliche für euren Verein zu begeistern. BEWEGDICH – die Bewegung für mehr Bewegung.